Heute warum ihr euch fragt, warum ich 6 Kills habe. Ich habe 6 Heli-Kills gemacht, 2 auf Prison-Dach, dann, guck mal, die schriebe ich auch, guck mal, jetzt 7 Kills, ich habe jetzt 7 Kills mit der Heli, 2 Prison-Dach und 4 Gratier und 1 habe ich die Heli-Bombe, das ist mein 2. Ok, 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 ich komme. Ich habe dich, ich habe dich, ich habe dich, ich habe dich. Ja, mein 8er Kill mit der Heli. Nein, hey Jungs, kill die ihn! Digga. Ich schwöre, ich habe hier L1 und R1 kurz gemacht, damit ich fliehen kann, weil mein R2 und L2 ist bei mir kaputt, also sind locker, deshalb... Ich habe gerade vergessen, dass ich nicht mehr mit L2 und R2 schieße. Ich habe versucht mit L2 zu schießen, also mit R2. Ich habe gerade mit R2 versucht zu schießen, obwohl ich jetzt gerade mit R1 habe, weil Dings, damit ich besser Heli fliehen kann. So, ich habe den schon. Leute, wie ihr sehen könnt, 9 Kills. Also, mit kurz mit anderen Settings. Äh, ups. Äh, ja. Komm hier rein. Komm hier rein. Komm hier rein. Komm hier rein. Komm, jetzt hol rein. Komm. Komm. ich habe ihn gar nicht gesehen egal ob ich ihn dort nicht gesehen habe ich hatte 12 Karten ihr seht das nur ab 6 Kids aber 2 Kids bei Prism Dach an der Stelle ich zeige hier habe ich jemanden gebombt dann habe ich hier einen Squad gewalt bei der Treppe erhältlich drei Leute geholt kein Spotwerk und die restlichen Pils habt ihr gesehen zehn Kids einfach neun davon waren mit Heli ich bin grad wieder so ich bin zu tun ich hätte elf Kids gehabt aber ich hab vergessen dass ich mit R1 schießen da musste keiner mein Öl schrecken mich das sehr spät eingefallen so warum schießt das nicht Alter komm ich habe meinen TeamCarrie mit den Köln dann habe ich mir den Köln innen 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 Okay, I'm good now. I'm good now. Ich steh kurz der noch ein Stück rein. So, jetzt bin ich schon richtig gut dabei. Die Runde wird noch gut enden, hoffentlich. Zehn Kills, neun davon mit der Heli. Feuer ich. Ja, Kerim, warum wartest du dann? Dorthin habe ich noch jemanden gemacht. Ich wollte gerade Cluster. Ja. Unser Meister abkommen. Hier sehen die die Stats. Ich habe 10 Kills, aber nur 1400 Schaden, weil Heli Schaden halt nicht mitzählt. Eifer geil. Darum bemerkt man die Schielekills ab. Der Typ geht. Ich kann gut gehen. Warum rennst du wieder zurück? Er rennt einfach wieder zurück. Deshalb komme ich nicht mehr. Was ist denn? Digga. Was ist das? Was ist denn? Digga. Was ist das? Der Typ, glaube ich. Der, was hat der da gebaut? Alter. Unten, 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 unten. Das ist ein automatischer Sniper. Ja. Ja. Die Bombo. Jawohl, I believe. I believe While can fly. Komm, ich komme an unserem Fall. Die werden verlieren. Kanin ist es. Kanin ist es. Kanin ist es. Kanin ist es. Jawohl. Kanin ist es. Kanin ist es. Kanin ist es. Kann es nicht sind?